ja leute ihr merkt schon da kommt noch ein bisschen arbeit auf uns zu da kommt noch eine hin und hier gehen wir mal noch eine etage runter nach kommen aber hier mal ein paar wandlampen obwohl sie sind alle nicht so schick waren obwohl die geht das kann man sich denke ich mal antun da wunderbar ach das ist doch nicht teuer alter wie groß ist das denn okay was mehr so party dekoration das brauche ich jetzt nicht da fällt mir gerade ein wir brauchen noch ein wohnzimmer alles nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt hatte nee das ist so eine schlafzimmer lampe komm das muss reichen brauchen wir so eine stehlampe das ist mehr so eine leselampe ne der hat ja voll ein komisches muster auch kommen die gefällt mir ganz gut auch wenn die ein bisschen bisschen vergammelt aussieht ist halt gebraucht wir haben nicht so viel geld gut dann reißen wir erstmal da die tür raus weil ach so die küche hat gar keine türen so kann man natürlich auch geld sparen wenn man keine türen kaufen möchte dann kauft man halt einfach gar nichts und lässt aber auch da die wand frei gut getrickst gut getrickst genau deswegen war das haus bestimmt auch so billig ups das war ein bisschen zu weit den keller kann auch noch bauen ich weiß aber nicht müssen wir alles gucken so nach ich hasse die kamera perspektive gewöhne ich mich irgendwann noch dran oder auch nicht will die kleinen leeren versprechungen machen zuerst brauchen wir einen fernseher damit die uns hier nicht vor langweilung kippen daher einfach was schönes altes und jetzt kriegen mal leichte geldprobleme das war mir gleich klar komfort couch eine 3er coach hätte ich ganz gern zwar ja da das ist ein 3er coach steht so ein bisschen im weg oder werden wir noch ein bisschen umbauen obwohl das auch doof ok wir werden hier erweitern habe ich gerade beschlossen findest du wie so doof immer diese ganzen schrägen und sowas hier sowas da hier an der seite gefällt mir nicht gut so schauen wir mal wie lange das sims 2 let's play let's play gehen wird das oder fehlt was das kann ich noch nicht sagen vermutlich ich meine sims leben ja eigentlich ganz so lange schätze jetzt einfach mal vermutlich entweder bis alle tot sind oder bis so bis dingens naja sagt schnell bis ich meinen neuen pc habe ich denke mal vorher werden die alle sterben oder ob ich keine lust mehr habe auf das projekt und das war müll einfach mal die kamera drehen äh jo mal schauen kommt auch darauf an ob ihr das überhaupt noch sehen wollt was haben wir denn hier schönes was ist denn hier ok mal gucken wir später also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben ob ihr das let's play überhaupt weiter sehen wollt also ob ihr das feiert oder ob das nicht feiert das würde mich interessieren und da habe ich eine wand vergessen ich mache jetzt ja auch einfach einen hof ich brauche keine türen ich lasse einfach wände aus weil ich das kann meine güte bis hier alles mal so los geht so na das problem ist jetzt kommen die noch nicht zum sofa hin ne und das meine ich mit diesen komischen kanten hier ich hasse sowas du hast nur probleme damit kann man sich auch ruhig das komplette haus viereckig machen also ich habe mit sowas immer nur probleme nein ja chill so dankeschön äh jetzt bin ich am überlegen ach komm ich mache das einfach so kann das da hinten ich werde das wahrscheinlich sowieso noch umändern aber jetzt gerade habe ich da nicht so die lust zu definitiv nicht schauen wir mal also ich dachte eigentlich dass wir das sims 2 lp hier schneller ans rollen bringen aber da habe ich mich wohl geirrt das hätte ich aber auch hätte ich mir aber auch denken können wenn ich ehrlich bin ja da schwebt was in sims 2 ist einfach alles möglich tja so ist doch wunderschön jetzt können wir hier sogar noch die lampe nochmal umstellen können das doof auch da hinstellen na weiß nicht komm lassen wir es mal hier so ich glaube geldtechnisch sieht es nicht mehr ganz so gut aus ich werde jetzt nochmal eine etage hoch gehen mir jetzt nochmal hier ein bisschen angucken ach endlich mal wieder entspanntere musik das ist aber auch anstrengend manche musik hier huiui leute alles nicht so einfach stimme eine kommode sollten wir uns auch noch ranschaffen oh 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 wie war das mit dem das geld fehlt ähm ja so würde ich das natürlich auch machen können badezimmer kinder küche draußen wohnzimmer nicht das bei was ich suche gehen wir hier auf verschiedenes verschiedenes von verschiedenen ja ein mülleimer weiß zwar nicht wofür der gut ist aber ja ne wie viel kostet der ja meine güte da können wir auch wohl der hier sieht schön aus äh by the way ich hab die grafikeinstellung mal noch ein bisschen runter gedreht äh ja aber von der qualität der möbel war sims 2 sowieso noch nie das beste ich mein als es rauskam war es dafür noch gut ne ich find's immer noch gut und da gehen meine fps runter hui ruckelparty yay na hast du dich wieder gefangen ne ich mein das dürfte eigentlich schon reichen vielleicht geh ich noch ein bisschen runter mit den grafikeinstellungen ich muss einfach mal schauen so da wir eh kein geld mehr haben wenn wir jetzt mal in den live modus gehen zack und dann fangen wir hoffentlich endlich mal an äh zu zocken so ja wenn jetzt hier stehen ach okay das hunter die jam ich und der play ja was ist das was ist das hier eigentlich das frage mich gerade eher das irgendein ach das ist einfach nur ein bursch okay so mal ganz kurz ja ja erstmal vor dem fernseher setzen ja DJ und hunter das bin ich muss mich mal so ein bisschen oh was gibt es denn hier tolles zu sehen oh ähm ne ähm hus das war jetzt nicht geplant na ich kann mich natürlich mal wieder nicht hinsetzen ich bin einfach wieder der hyperaktivste na stimmt ich kann mich ja nicht hinsetzen ich habe da keinen Platz mehr na gut werden wir jetzt mal dem Bedürfnis nachgehen wir müssen alle mal so ein bisschen aufs Klo aber oh das ist aber ganz schön laut der Fernseher ist ein sehr lauter Fernseher so dann nn gma hunter geht jetzt erst mal aufs Klo ich muss mir einfach ein bisschen die t-shirts merken das ist okay play kann ich mir eine frisurfarbe merken jo und der Rest ne so hier dann dann red doch mal ein bisschen äh erzähl mir mal einen witz das kann ich ja so gut ja ja mh ja sehe ich genauso so ach ne du unterhältst du hier gar nicht alter auf einer Pornos oder was mach das mach mal auf aus hier ne oh bei Sims 3 ging das sofort der Fernseher nervt mich aber so kommen die Leute wahrscheinlich nicht unterhalten und ich werde mich freuen dass ich den Fernseher gekauft habe das äh kann ich mir jetzt schon denken hm ihr sexy Pixel oh ja gut hä muss ich auch aufs Klo oder was dann gehe ich mal besser